Wie seh ich aus? Super, wie immer. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist John. Hinter der Kamera ist Danny. Sag mal hallo zu den Leuten. Hi. Wie ihr alle sicherlich wisst, haben wir hier bei MCP nur das beste Equipment. Aber heute haben wir eine ganz besondere Überraschung für euch vorbereitet. Ich würde sagen, da sagen Bilder mehr als tausend Worte. Hey. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr alle auch so gespannt seid wie ich auf das, was wir uns jetzt anschauen werden. Ja, selbst die Türen öffnen ja automatisch, wenn das mal kein Pluspunkt für den Studiengang ist. Moment, ich muss die Kamera einstellen. Das Bild ist noch zu dunkel. Ja, wir wollen uns heute das große Studio angucken, das die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen werden. Aber der Studiengang hat keine Kosten und Mühen gescheut und das Studio mit brandneuer Technik ausgestattet. Mann, John, das sollte doch eine Überraschung sein. Oh, da habe ich mich jetzt ein bisschen verplappert. Aber das ist überhaupt kein Problem. Kommt trotzdem mal mit. Wir schauen uns das Ganze nach. Was war das? Das kam von unten, oder? Du hast es auch gehört. Ich glaube, das war ein Schrei oder sowas. John, bleib hier. Jetzt komm halt mit. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Geh du vor. Junge, du hast mich hier runtergeschleppt. Geh mal schön selbst vor. Jetzt chill und halt drauf. Mein Gott. Vielleicht sollten wir das lieber lassen, John. Hallo? Ist hier jemand? Hey, da schau gerade Leute zu. John, was machst du da? Hey, John, willst du mich eigentlich verarschen? Okay. Haha, guter Witz. Du kannst jetzt damit aufhören. Wir... Was? Fuck. Fuck. Was? Was? Okay, okay, okay. Du bist okay. Du bist nicht verrückt. Oh mein Gott, John! Oh mein Gott! Oh mein Gott!